Nun möchte ich aber meine Transaktion, die ich über die letzten Monate getätigt habe, für die Steuererklärung oder weitere Analysen exportieren. Dafür kann ich einfach auf Transaktionen klicken und erhalte hier eine Übersicht über alle Transaktionen in diesem Zeitrahmen getätigt habe. Ich kann den Zeitrahmen hier natürlich anpassen, wie ich möchte. Ich kann diesen Monat auswählen oder dieses Jahr und habe hier entsprechende Möglichkeiten, den Zeithorizont zu ändern. Entsprechend werden dann meine Transaktionen hier aufgelistet und wenn ich mich dazu entschließe, das lokal bei mir auf dem Computer zu analysieren, kann ich das problemlos als CSV exportieren und in Excel weiterverarbeiten.